Was geht ab ihr Monster und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute mal wieder Arsenal und zwar gerade im neuen Modus Lasermarkierungen. Das heißt wir spielen nur mit Laserwaffen und wir spielen Arsenal, weil ich es euch versprochen habe. Ich habe gesagt, wir spielen nochmal ein weiteres Video Arsenal demnächst, weil das eine ja aufgrund der technischen Probleme nicht gekommen ist. Und deswegen spielen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Folge Arsenal. Falls ihr genauso halb seid, will ich dann smash jetzt den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich freuen, denn unser Kanal wächst gerade wieder richtig krass. Also wir haben fast schon die 4000 Abos erreicht. Holy moly, dann gibt es vielleicht sogar ein Double Special. Vielleicht sollten wir einfach ein Double Special machen. Also wenn die 4000 erreicht sind, dass wir dann... Oh, mal nehmen. Oh, der hat geleckt. Dass wir dann einfach das 3000er und das 4000er Abos Special in einem feiern. Da habe ich vielleicht Bock drauf. Bisschen wir mal schauen. Ich glaube, das ist momentan eine richtig coole Lösung. Das heißt, sobald wir die 4000 Abos erreicht haben, dann feiern wir richtig. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, oh, oh. Boah, die Waffe ist so schlecht. Oh, die Waffe ist so schlecht. Komm schon! Oh Gott! Oh, ich hasse. Ich finde tatsächlich die Modi immer noch absolut kacke. Also so wie es ist. Keine Ahnung. Ich mag Standard. Ich mag Competitive. Und diese ganzen Billow-Modi, die sie jetzt da reinbringen. Ich finde es total ätzend. Man muss halt ständig den Server wechseln. Wenn man die normalen Modi spielen will. Aber wir beklagen uns heute nicht. Hä? Hä? Ein lächter Schwede. Wir spielen jetzt einfach mit diesen Kackwaffen und versuchen, hier einzurkriegen. Easy. Oh nein! Mist. Na ja, da müssen wir demnächst einfach mal wieder ein One-on-One spielen oder sowas. Dann können wir unseren Modus auswählen. Oder ich frage einfach Dr. Denson, ob der mal wieder aus seiner Inaktivität zurückkommt. Äh. Und spiel mit dem ne Runde. Und Banda mein. Aber ich finde, jetzt hier trotzdem gewinnt tatsächlich. Also geben wir uns jetzt mal hier richtig Mühe. Denn wir sind ein Monster. Wir gehen nicht auf. Wir nehmen es so, wie es kommt. Okay. Den haben wir auch. Und dementsprechend müssen wir hier... Oh. Da müssen wir uns ja ein bisschen anstrengen. Wir sind nämlich erst auf Platz 2. Das ist nicht so cool. LOL. Die Waffe war überkrass. Die hatte ich glaube ich noch nie. Ist die neu gewesen? Oh, wenn ich das verloren hätte ich mir richtig in den Hintern gewissen. Hä, wieso haben wir die Shotgun denn nochmal? Oh Gott. Oh. Komm schon. Sir Hakkila. Ist das der Hakkila für die Wesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Wo ist es? Hier. Da. Kommt noch welche. Nein. Komm schon. Na, den haben wir auch. Jetzt müssen wir gucken. Da hinten ist noch einer. Oh, die Waffe ist auch ziemlich krank. Hit. 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 Oh, den haben wir auch. Da müssen wir gucken. Hier. Den kriegen wir auch noch. Und. Da sind wir. Oh. Da haben wir richtig weggesnackt. Wir sind aber Platz 1 gerade. Knapp mit 18. Und ich habe mal wieder Lex. Na, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Es liegt tatsächlich auf dem Roblox. Es muss dann Roblox nehmen. Mein PC ist komplett neu aufgesetzt. Also hier ist nichts drauf, was in irgendeiner Art und Weise Lex verursachen könnte. Aber es ist halt so. Keine Ahnung. Kriegen die bestimmt gefixt. Aber es ist tatsächlich auch momentan ein Arsenal-Problem. Oh, daneben. Immer noch daneben. Ja, der hat gesessen. Easy. So, 22 zu 17. Ich will jetzt hier gewinnen. Oh, oh. Ihr Monster, wir schaffen das. Ich bin da guter Dinge. Und diese Woche könnt ihr endlich auch wieder Arsenal erwarten. Also ihr war... Ach, Arsenal sag ich schon. Äh, Islands. Ich glaube, der leckt ja einfach nur. Kann das? Sag mal. Okay, der war daneben. Jetzt müssen wir einen mit unserem Paddel hauen. Komm her, ich hau dich. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ach, Mann. Spielverderber. Wir waren hier am Kloppen. Na gut. Weg ist er. Dann können wir wenigstens mit einer Waffe schießen. 25 haben wir schon. Mal gucken, ob wir hier einen erwischen. Da hinten kommt einer. Oh, Hammer. Ah, wo ist der Rest? Bestimmt da. Da kommt einer raus gleich. Da gehen wir mal kurz nach hier links. Und holen uns den, der hier näher dran ist. Um uns dann den da hinten zu holen mit der Pillow-Waffe. Die ist halt richtig schlecht hier. Cool, sagt der. Und kriegt der richtig einen. Und da hinten kommt gleich noch einer. Das heißt, wir laufen jetzt mal da hin. Hä? Sind sie jetzt doch noch da gespawnt? Wie an Lucky. Ich bin da gerade weggelaufen. Als ob die da spawnen, wenn da so viele sind. Nein, nein. Ich hätte weiterlaufen sollen. Ich hätte weiterlaufen sollen. 28 haben wir schon. Wir haben uns jetzt hochgekämpft. Platz 1 mit Abstand von 10. Fast. Da schleichen wir uns mal im Rand. Hi. Oh, leil. Das war knapp. 2 HP. Gucken, ob wir uns jetzt hier noch einen wegsneaken können. Leider nicht. Aber 2 HP ist nicht viel. Was? Oh. Die Waffe. Komm schon. Danach habe ich die Golden Reapon. Ich bin selten tatsächlich spawnig in der Tankstelle. Ist das jemand? Mal gucken hier. Wo ist denn einer? Hallo. Hallo. Bam. Bam. Jetzt haben wir das goldene Paddel. Gleichen wir uns also ran. Hopp. Oh, auf der ist mir richtig schwer, jemanden zu paddeln. Wir sind immer noch der Beach Boy. Wo ist er denn jetzt? Da. Nein. Oh, da. Der hat uns gesehen, glaube ich. Komm. Easy. Peasy. Lemon. Squeezy. Nächste Runde. Ich bin heiß. So, wir befinden uns in der zweiten Runde mit Randomizer. Wieder war kein Standard zur Auswahl. Wieder war kein Competitive zur Auswahl. Das heißt, hier werden jetzt alle, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, man kriegt jetzt hier random alle Waffen oder alle zehn Sekunden neue. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ah, nee. Ich glaube, wenn man stirbt, kriegt man immer eine neue. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Churiken und gucken, ob wir hier was damit regeln können. Oh, leil. Oder auch nicht. Churiken war jetzt natürlich auch nicht die beste Waffe. Wir müssen aber echt auf eine gute Waffe hoffen und die dann lange halten versuchen. Und vielleicht, wenn ich eine Gummelwaffe habe, einfach mit Absicht hier uns treffen lassen. Ich weiß es nicht. Da war noch einer. Leil. Ich will doch einfach nur Standard oder Competitive spielen. Sag mir mal bitte, schreibt mir mal in die Beschreibung, ach, in die Beschreibung, in die Kommentare. Findet ihr das gut, die aktuellen ganzen Modi? Oder findet ihr die auch? Abdeckt ihr dann die Schnauze voll? Weil ich finde die echt lästig. So, ich erwische mich selber schon, wie ich manchmal den Server wechsle, weil ich einfach ständig irgendwie wieder so einen dämlichen Modi habe, auf den ich überhaupt keine Lust habe. Ich will doch einfach nur Standard spielen. Zumindest sollte es immer zur Auswahl stehen. Das ist das Einzige, was ich cool fände. Wenn das immer zur Auswahl stehen würde. So, wenn die Leute, wenn die Standard spielen wollen, dann wird die Level nämlich den Standard gehen. Aber man müsste nicht wechseln. Mal gucken. Den holen wir uns. Den holen wir uns auch da hinten. Den haben wir nicht getriegt. Den noch. Den noch. Irgendwie fehlt meine Animation. Aber das macht gar nichts. Wir gehen hier steil. Den haben wir auch noch. Easy. Ich weiß gar nicht, bis wann das hier geht. Den haben wir auch noch. Den haben wir neben geschossen. Pfeffer. Ich habe einfach keine Animation. Den holen wir uns auch. Easy. Wir rocken hier durch. Rocken. Wir rocken. Da haben wir noch einen. Da haben wir eine Challenge gerade bestanden. Hinter uns war einer. 56er Hit. Komm her. Ich war noch nicht fertig mit dir. Hinter uns. Ah. Schade. Die Schrote hätte ich gerne mal behalten. Die lief gut. 44 zu 27. Wann habe ich denn da gemacht? So, jetzt sind wir mal gucken. Der ist schon weg. Hier scheint was abzugehen. Der scheint ja aber zu spawn campen mit Hass. Bist du am spawn campen, boy? Spawn campen ist nicht cool. Mal kurz nachladen. Oh. Komm her. Paddel dich. Wo ist er? Was? Da waren zu viele. Oh, der hat eine Golden Pistol. Als Standardwaffe oben rechts? Wie kommt er denn an die Golden Pistol? Ist das auch im Randomizer mit drin? Das wusste ich gar nicht. Was? Aber die ist, glaube ich, gar nicht so gut. Weil ich bin. Brauche einfach ewig zum Nachladen. Ich meine, die ist One-Hit. Das ist klar. Aber die braucht halt ewig. Wenn du damit nachladen willst, Alter. Da bist du direkt mal die Runde vorbei. So, die M14 ist ganz nice. Damit können wir warm werden. So, da haben wir nochmal welche. 57. Easy. Ich würde nicht mal sagen, dass das eine gute Runde ist gerade tatsächlich. Ich habe echt nicht so viel Glück mit den Wappen. Also man kann da ordentlich mehr Punkte holen, wenn man eine richtig krasse Wappen hat. Oh lol. Der hat mir einen Schneeball ins Gesicht geworfen, glaube ich. Ne, das war was anderes. Sah erst mal aus wie ein Schneeball. Oh lol, die Waffe ist jetzt auch nicht so gut. Aber ich glaube, wir gewinnen wieder. 59. Nice. Oh, daneben. Dann nehme ich noch. Nein. Ja. 61. Time's up. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Zockmonster. Ciao.